Du darfst nicht darauf warten, dass andere Menschen besondere Momente für dich schaffen. Erschaffe deine eigenen Erinnerungen. Wie ist es bei dir? Hast du deine wertvollsten Erinnerungen selbst erschaffen? Ich bin jemand, der immer wieder aufsteht, auch wenn es Rückschläge gibt. Ich habe einen Überlebensinstinkt. Ich bin mir nicht sicher, woher das kommt, aber wahrscheinlich von all den kleinen Dingen, die einen zu dem machen, was man ist. Was fehlt dir noch, um mit Rückschlägen besser umzugehen? Ich glaube, wenn man ein Lächeln in die Welt schickt, bekommt man es immer zurück. Was sendest du im Moment in die Welt hinaus? Nicht jeder muss mal mit Teilen geschwommen sein, aber manchmal muss man über seinen eigenen Schatten springen, um etwas zu lernen, das man nie wieder vergessen wird, seine eigenen Ängste zu überwinden. Verlässt du deine Wohlfühlzone, um dich Stück für Stück immer besser zu fühlen? Der Erfolg ist wie ein gefräßiges Tier, stets auf der Suche nach Nahrung. Wohin treibt dein Hunger dich? Wohin treibt er, wo ich bin Inside this once. Pohre ist nur noch... Wohin treibt eine horror-intelligige